Ganz easy, springen da rüber, entwaffnen den Typen und das Ding fällt auch noch runter. Nein, bitte, 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 nein, nein! Moin Leute, was geht ab, ihr kleinen Splasher? Wir haben jetzt auch mal wieder ein bisschen Happy Wheels hier. Paluten Coins ist das erste Level von Metwurst Paluten und er hat keinen Author Comment da gelassen. Warte mal, ist es genau das gleiche? Äh, ich bin mir nicht ganz ehrlich, ich spiele das einfach mal. Schauen wir mal. Okay, wir fliegen nach oben. Oh, das scheint anspruchsvoll zu sein. Leute, das ist ziemlich krass. Das ist, ja, ja, sick. Was ist das denn? Oh, müssen wir uns jetzt bewegen? Warte mal, stand da irgendwas von Don't Move? Ne, Paluten Coins stand da. Metwurst Paluten, was ist da los? So, hey, du, ja, du Paluten, nicht die Sturmwaffel und schon korrupte Folge? Naja, wir haben gerade dein komisches Level gespielt. Ist es jetzt, ne, ist es nicht das gleiche? Okidoki, mit dem Typen hier, mit dem, allen Helikoptern. What? Bro, was ist denn das für Level? Äh, ich bin sprachlos. Ich guck mal, was Paluten Can You Do von Chiruquil. Was ist das so? Hey, Paluten, ich habe dir ein Lever mit Hilfe des Level-Editors erstellt. Kann sein, dass es gar nicht möglich ist, da ich kein Level auf meinem PC spielen kann. Wenn es dir gefallen hat, sag ein kräftiges Hulu. Wenn nicht, trotzdem ist geil einfach alles. Aber, hm. Wie beginnt denn diese Folge mit völlig, völlig super einfachen Leveln? Um Gottes Willen, ich habe zwei Victories heute schon erlangt. Das ist alles, was zählt. Und ich teste es einfach mal. So, ok. Genau, ein bisschen Level-Editor hat er ein bisschen rumgespielt. Alter, es ruckelt. Es laggt. Was hat er hier hingebaut? Man kann dieses Level wirklich nicht spielen. Weil, ich, ich bewege meine, also hier ist, ne? Hört man das? Ist ja alles, also da gehen wir aber mal ganz schnell weiter. Ich weiß nicht, was du da kaputt gemacht hast. Aber irgendwas ist da ganz krass in die Brüche gegangen. So, Paluten, Biker 3 von Build2Play. Hey, hallo Paluten, ein sehr leichtes Biker-Level. Wird es sein, First Drive. Viel Spaß. Mein Freuchen grüßen. Bitte, bitte. So, da ist es, ist es vielleicht das erste richtige Level des heutigen Tages. Wir müssen scheinbar hier rückwärts runter. Victory, Death. Ok, ich, ich vertraue dir, Bro, ne? Ich vertraue dir wirklich. Wenn das jetzt wirklich der Victory ist, dann... Oh, God. Ich habe dir vertraut. Das ist, das ist doch... Guck mal, ich, ich versuche meinen, meinen... Abonnenten, beziehungsweise Zuschauern zu glauben, versuche Vertrauen aufzubauen. Und es wird einfach missbraucht. Yes. Leute, Leute. Das finde ich eigentlich in Ordnung. Ich dachte, hier geht es runter. Ok, es ging da... Ne, es ging da nicht runter. Warte mal. Ich kann auch dann einfach hier... Hier ist zwar eine Mine. Ah, und da geht es auch gar nicht längs. Ok, ok. Da bauen wir wieder so unsichtbare Sachen hin. Build2Play. Hey, du bist schon, äh, ne? Ein Schlawiner. So, jetzt, jetzt... Ich wollte einfach den Frontflip. Der, der musste sein. So, das Rote. Nein, es war so klar, aber ich hatte nicht genügend Speed. Es fehlte einfach an Power. Wir brauchen Bass. Bass. Kennt ihr noch das Lied? Wir brauchen Bass. Was genau da? Bass. Bass. Wir brauchen Bass. Und seine Namen. Tölig, tölig. Sicher, der gar... So, jetzt müssen wir auch mal aufhören hier. Komm, komm, komm. Fahr, 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 fahr. So. Jetzt aber... Jetzt muss ich mal hier... Oder wenn ich jetzt... Ne, 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 ne. Stopp, 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 stopp. So. Alles tutti fruity. War es denn so schwer? Ich stelle mir wirklich die Frage. Ah, Victory. Bam. So. Von Kriegi. Paluten TNT. Heyo, Paluten. Ich dachte... Äh, ich dachte, ich mache dir auch mal ein Level. Ist das erste. Sieht also noch kecke aus. Du brauchst den Opa. Ich weiß nicht, wie man den festlegt. Ich sage nur... TNT for President. Hashtag TNT for President. Viel Spaß mit dem Level. Vielleicht mach... Okay, da war der Text wahrscheinlich zu Ende. So, Kriegi. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Was du für uns hast. Ah, ja, okay. Warte mal. Warte mal. Du stellst uns jetzt die Frage. Nur zur Info, Leute. Kriegi, ähm... Macht immer bei den Rush-Runden seine TNT-Taktik. Und... Ich wette jetzt hier runter. Aber... Aber mit einem dicken, fetten Protest. Oh, Gott. Vorsicht, Vorsicht. Lass mich hier... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Warte mal. Okay, jetzt. Nein, was hast du denn da gerade gemacht? Oh, hoi. Ja, ja. Achtung, langsam. Hab ich gemacht. Was? Sicher, dass ich hier... Wenn du dich dafür entscheidest... Oh, hey. Okay, okay, okay. Ich fisch... Kriegi... Nein. Jetzt lass los. Und spring rüber. Halt dich... Halt dich fest. Warte. Okay, wir machen kurz... Kurzes Workout. Uh. Spread that. Oh, oh, oh. Und jetzt. Und. Nein. Und... Äh. Oh, nein. Oh, nein. Bro. Ich möchte das nicht nochmal machen, dieses Level. Verdammt. Jetzt. Okay, okay, okay. Ja, ja. Oh. Das wäre der eleganteste... Okay, unser Bein ist schon mal da an der Sehne. Hält es sich noch fest? Jetzt sind wir kurz losgeworden. Kein Problem, Leute. Warte mal kurz. Ach, komm schon. In der Zeit, wo ich hier rumwurbel, hätte ich das schon fünfmal wieder schaffen können. So, ich meine, hier war ja nun das Ding. Ich meine, eigentlich gibt es hier keinen Grund zu sterben. Und keine Ahnung, wie du jetzt schon wieder dein Bein verloren hast. Nein. Jetzt. Ach, warte. Jawoll. Ach, 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 ach. Na, endlich. Kommt noch mal ein bisschen Schwung hier rein. Paluten-Mudi-Crazy von Grand Theft, Oma. Bald ist Weihnachten, deshalb möchte ich dir ein weiteres Mutti-Level schenken. Weihnachten. Ja, stimmt. Es ist nicht mehr lang bis Weihnachten. Oder so. Ne? Es ist nicht mehr lang, Leute. So, Mutti, jetzt wird... Oh! Mutti, du hast da aber auch wieder ein bisschen was in... Du kriegst den Arsch aber nicht voll genug, ey. Ja, die... Ey, diese Mutti-Level sind einfach immer das absolute... Ja, ja, warte, warte. Oh, ja. Nein! Nein, was? Wieso der Kopf? Wieso? Mutti, jetzt, komm. Mach es. Mach es nicht wieder nach vorne. Aber... Ich schwöre... Ne. Oh Gott. Ich halt... Dieser Charakter ist auch einfach so... Der ist so beweglich wie Mettwurst. Ich schwöre euch, wie Mettwurst. Sie kann sich jetzt auch nicht wieder aufrichten. Weil sie einfach 20.000 Kilo wiegt. Mindestens 20.000 Kilo, ey. Ja, ach komm. Warte. Bitte, 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 lieber Happy Wheels. Gott, nicht zersplashen. Danke. So, jetzt hier, easy peasy, oder? So, jetzt nicht drehen. Nein. Ja, doch, dreh dich. So, jetzt mal hier mal ein Frontflip hängen. Klar, kein Pro... Hoi. Warte mal, warte mal. Kann ich mich irgendwie hier nach vorne splashen? Jetzt, jetzt, komm. Nein! Och, Grand Theft. Oh mein... Okay, alles coolio, Leute. Alles coolio. Ganz easy. Springen da rüber. Entwaffnen den Typen. Und das Ding fällt auch noch runter. Nein, bitte. Bitte, bitte, bitte. Nein. Nein! Nein, das kann ich besser. Ich würde einfach mal sagen, dass wir einfach mal weitermachen. Also, ich meine, wir wissen, wo der Victory ist. Und wir haben uns wirklich lange mit diesem Level beschäftigt. Paluten London Night von Ich Bin Geil. Paluten bla bla bla. Mehr? Ja, nein. Bla bla bla. Mach noch ein paar Ropeswings, wenn du willst. Nicht leicht. Am Ende. Puh, er redet aber auch ohne Punkt und Komma. Oder er schreibt ohne Punkt und Komma. Okay. Sieht alles noch? Alles noch? Bitte, fahr, 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 fahr. Varschloss, Leute. Le Victory. Paluten Impossible von Rocks. Yeah. Hey, Paluten. Das Level ist nicht zu machen. Oder vielleicht doch? Mal schauen, wie sich Paluten anstellt. Hau rein. Ach, das ist wieder... Das verstehe ich doch wieder nicht, das Level. Jetzt habe ich das... Warte. Ich darf... Ich kann auch nicht den Charakter wechseln. Vielleicht ganz langsam fahren? Okay, ganz langsam fahren, oder? Ich glaube, ich schaffe es. Ich glaube, ich schaffe es. Heute läuft es ganz gut, oder? Wir haben schon einige Victories abgeräumt. Okay, am Anfang waren die Victories sehr, sehr einfach. Aber das verschweigt mir. Du hast nichts gesehen. Nein, nein, nein. Du hast nichts gesehen. Ganz ruhig. So, Paluten Freaky 4 von Master Freak 616. Hey, Paluten. Blablabla. Viel Spaß. Und Hullo. Pass auf. Okay, ich fahr direkt am Anfang. Nee, nee. Warte. Wenn du wahlst, gibt es eine Überraschung. Das war keine schöne Überraschung. Das war ein freaking Meteor. Ah, Ketten. Ach, okay. Die lösen sich. Das ist immer gut. Da kann man die nämlich nur so ganz leicht andotzen. Und dann fallen die da ganz einfach runter. Das ist nicht schwer. Aber wenn die befestigt sind, nicht beschäftigt. Jo. Ja, was ist los? Oh, Min. Bleib mir vom Leib. Fahr, fahr. Da war nicht nur Minen, sondern auch eine Abrissbirne. Ach, komm. Nein. Oh Gott. Ich bin aus Versehen in die falsche Richtung gefahren. Es war windig. Ach, jetzt müssen wir das nochmal machen hier. Komm, 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 komm. Push it. Push it to the limit. Bow. Bow. Okay. Das war sich einfach mal unkommentiert. Also das ist, ne? Viele Sachen zu vergessen heute. So, jetzt werden wir aber nicht vergessen, dass wir jetzt hier noch eine Aufgabe vor uns haben. Nämlich den Victory uns zu schnappen. Wir wollen ihn snacken. Yes, warte mal. Ich fliege einfach bis zum Ziel. Kann mir bitte jemand erklären, wieso unser Typ gerade sich dazu entschieden hat? Einfach mal so hier, ne? Brustkorb irgendwie. Einfach nur. Und. Ach, komm. Last try jetzt hier. Nein, nein, nein. Das ist der last try. Weil wir werden auf jeden Fall wieder von dem Meteor zermanscht worden. Oh Gott. Ne, war das noch nicht? Doch, doch. Das ist last try jetzt. Das kriegen wir jetzt aber hin hier. Nein, doch nicht last try. Okay. Ne, das ist jetzt last try. Für die wenigen Zuschauer, die noch da sind. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer hat es denn so lange ausgehalten. Wer guckt jetzt noch hier hin? Das Codewort ist, ähm, Bananarama. Ihr könnt es schreiben, wie ihr wollt, Bananarama, wie ihr lecker, lustig seid. Komm, komm, komm. Speed, 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 speed. So, Leute. Das war es mit der heutigen Folge von Happy Wheels. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach eine kleine positive Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Denn das ist, äh, müsste jetzt sein. Ja, Wochenende, ne? Schmackhaft und so, ne? Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Boja.